Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freunde, an diesem Wochenende begehen wir den Sonntag vom Guten Hirten oder auch den Weltgebetstag um geistliche Berufe. Ein guter Hirt kennt seine Schafe und die Schafe kennen seine Stimme. Jesus hat sich immer wieder als den guten Hirten bezeichnet, dem wir uns anvertrauen dürfen. Wir brauchen aber auch Hirtinnen und Hirten, die seine Botschaft heute in der Welt verbreiten. Wir brauchen Menschen, die heraustreten aus der Masse und sich in den Dienst Gottes und der Menschen stellen. Darüber hinaus sind wir alle als Getaufte gerufen, solche Hirten und Hirtinnen zu sein, die Botschaft Jesu weiterzugeben, Zeugnis von ihr abzulegen. Mir ist ein Wort von Kardinal John Henry Newman im Laufe meines Lebens sehr wichtig geworden. Das möchte ich Ihnen und Euch mit auf den Weg geben. Er schreibt, Ich bin dazu berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan, auf Gottes Erde, den kein anderer hat. Ob ich arm oder reich bin, verachtet oder geehrt bei den Menschen, Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen. Ich wünsche Ihnen und Euch alle einen gesegneten Sonntag.